Der Pfennig Ungarn bietet voll rundum Service für den Patienten, auch bei der Reiseorganisation. Die Reiseorganisation übernehmen wir bei Wunsch komplett. Wir erstellen gerne für unsere Patienten ein komplettes Reiseangebot inklusive Anreise. In der Regel erfolgt dies mit Flug, Bahn oder Bus, das gab es auch schon. Wir bieten Hotels, Partnerhotels nahe den Zahnkliniken an. Aber wir haben auch zwei Apartments in Budapest, die auch sehr gerne von Patienten genutzt werden, die sich selber während der Aufenthalt versorgen möchten.